Michael Heiböck, Platz 1 für die Österreicher, 10 Punkte vor Norwegen, jetzt Biotr Schüber, er ist polnischen Rekord geflogen im Probedurchgang, 243, sieht aber auch gut aus oben, der geht wieder, der geht wieder, der geht wieder, der geht wieder, Biotr Schüber, sensationell, willkommen an Bord von Polish Air, 2,45,5, neuer polnischer Rekord, neue persönliche Bestleistung, und ist das bitter für Kai Geiger, dass es bei ihm da gerade nicht geklappt hat. Glück beim rausfahren, dass der Ski dann nicht noch mehr rausgeht, aber jetzt siehst du, wie es ihn hinten reindrückt bei der Landung, bei dieser Weite, Biotr Schüber, Und jetzt stell dir vor, auf Fannemail ist da 2,51,5 geflogen. Und Vasiljev 2,54.